Eine letzte Frage, Charlie. Haben Sie jemals etwas bereut? Ja, dass ich in meinem Leben so dumm gewesen bin. Ich brauchte zu lange, um ein paar Dinge zu begreifen, die in meinem Kopf herumschwirrten. So viele Leute haben mir so viele Dinge erzählt, die ich geglaubt habe. Es ist schwierig herauszufinden, was das alles bedeutet. Natürlich können wir sagen, oh, es tut mir leid. Sagen können wir alles. Wir können sagen, dass wir eine Verfassung haben, aber wer fühlt sie aus? Man kann sagen, es tut mir leid, wenn jemand stirbt, weil du selber nicht sterben willst, weil du Angst davor hast, weil dir jemand was erzählt hat. Von mir aus braucht nichts und niemand zu sterben. Das wäre doch was. Und was heißt Tod überhaupt? Wie soll ich das wissen? Muss ich jemand in diesem Spiel sein? Ich bin irgendwie da hineingeraten, egal, ob ich eine Rolle spielen wollte oder nicht. Jetzt hänge ich damit fest. Jetzt muss ich der Manson-Typ sein, den jedermann für sich geschaffen hat und den jeder so sieht und hasst, wie er will. All die perspectives they want me to be and hate me to be be. All die perspectives they want me to be... All the perspectives they want me to be and hate need to be. Vielen Dank.